Apple, Apple, Apple. White Apple. Ja, okay. Ähm. Anvil, was? Apple Shield? Was? Ist okay. Kenn ich nicht. Äh. Was bist du drin? Magical Apple? Aha. Äh, ich würde nur gucken, ob noch irgendwie, ja, Apfelbaum, klar. Aber für den haben wir noch keinen Platz. Äh, Saft oder so draus machen. Guck mal, gibt drei. Der Essigdäure so, okay, der hat mehr Sättigung, klar. Hm. Früchtebunsch. Ich habe keinen Zucker. Ich könnte einfach entsaften, ne? Wahrscheinlich, ob ich dann, wo ist er denn? Apple Joe's. Pot haben wir noch nicht. Ja, komm, wir machen hier, äh, Speed gibt das. Eieieiei. Das so gut ist, wenn ich, ja, Steine natürlich. Den Juicer könnte ich eigentlich, soll ich den Juicer bauen? Ich brauche dafür, glaube ich, drei, äh, ich lasse mal sein. Äh, ich will erst mal Erde 7 kommen. Aber wahrscheinlich kann ich die Soße erst mal wieder Erde machen. Hä? So, wir müssen wieder Blätter schneiden. Äh, ich habe doch die Hoffnung, dass das jetzt mal hier gut geht. So irgendwie, so ein bisschen. Naja, gut. Wir werden es sehen, ne? Dumm, dumm, dumm. So ein Stack von diesen Stein-Pedals. Reicht das vielleicht erst mal? So ein Stack vollkriege? Kleiner war das nicht genug, glaube ich, ne? Komm, mach mal. Werde, mach mal noch. Gut, die kriegen wir später sowieso, haufenweise. Einfach mal durch sieben. So. Sieben, sieben, sieben. Was ist sieben mal sieben? Äh, Oh mein Gott. Schlimm. So. Das, 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 das. Das weg, das weg, das weg, das weg. Da haben wir noch Steinknittels, Piddels, Halt, Stone. Hüll kriegen wir dann raus. Neun. Oh, sie jetzt. Was sollen wir jetzt nicht genug haben. Dann weiß ich auch nicht weiter. So. Was sollen wir jetzt nicht genug haben. So. 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 Und so. So. Okay. Und wieder durch sieben. Los, Knochenmehl. Jawohl. Das müssen wir das fehlende Knochen... Jetzt haben wir wir genug. Jetzt haben wir, glaube ich, genug. Aber egal. Ich siebe jetzt trotzdem ein bisschen durch. Ich darf nicht alles durch sieben. Ich brauche ja noch Leben. Genau. Äh. Guck mal, ist diese Einladung schon genug. Ich krieg die Krise. So. Ähm. Das kommt dann da rein. Wir brauchen jetzt den Eimer und wir brauchen da so ein leeres Ding. so. Zack. Leben. Wir brauchen zwei davon. Leben. So. Zack. Leben. Wir brauchen zwei davon. Leben. So. Okay. Und dann ähm. Sieben. 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 Jawohl. Anfeiert. Müssen wir erstmal hier im Ofen grillen. Sehr schön. Jetzt überlegen. Jetzt überlege ich noch, wie ich den Korbelgenerator mache. Jetzt überlege ich noch, wie ich den Korbelgenerator mache. Mit Holz ist schwierig. Holz nicht viel. Ich muss mal eine Steinecke machen. Ah. Wie meinen das? Ich brauche Korbel. Ich brauche noch mehr Korbel. Der kommt auch über eine Fackel. Wir haben jetzt eine Rate von eins. Es gibt verschiedene Materialien, die man drunter packen kann. Da gibt es Lava drunter. Da gibt es glaube ich zwei. Da gibt es Feuer. Da gibt es Feuer drunter. Da packt man glaube ich drei. Diverse Flüssigkeiten gibt es noch, die das dann noch schneller machen. Ich weiß nicht genau welche das sind. Ähm. G2 Koppel. Die haue ich schon mal hier rein. Die können schon mal anfangen. Äh. Zu schmelzen. Ja. Zu schmelzen. Äh. Und wir brauchen natürlich noch mehr. Äh. Da. Das gleich muss ich wieder, muss ich wieder Blätter machen, um Erde machen zu können. Dann wird mehr Steine kriegen. Dann wird mehr Lava haben. Äh. Lava kriegen. Aber vielleicht reicht hier sogar schon. Wenn wir Glück haben. So. Okay. Hier. Oh, guck mal. Schrägen. Hier haben wir in Erde 7. Du, das kriegt man ja alles so. Das habe ich alles schon, oder? Ja, Flint gibt es sogar mehr. Ich hätte vielleicht Flint nehmen sollen, ha? 2 gibt es zu 100%. 2 dazu gibt es zu 50%. Okay. Mit Flint kriege ich 2 auf jeden Fall. Einfach mal mehr Steine geben. Ist ja egal. Oh, ich muss noch mit Flint 7. Auf jeden Fall wegen Canola. Wegen Flax. Kaffee. Okay. Ich muss auf jeden Fall noch mehr. Ja, 7. Aber später. Oh, Dschungel. Ja, halt. Ich brauche noch mehr. So, 12 Koppel. Ich weiß gar nicht, was ich brauche. Das erstmal die schmelzen. In der Zeit mache ich mir vielleicht mal einen kleinen Bereich, indem ich meinen Koppelgenerator baue. Vielleicht hier so. Irgendwo. Bisschen weiter weg. So ungefähr. Ich brauche noch mal eine Fackel. Ein, zwei, drei, vier. Ich brauche noch ein paar mehr Steine. So. Okay. Das war alleine gewachsen. Drei, vier. Hier. So. Wieder Erde machen. Gut. So. Hoppala. Guti, 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 guti. Jetzt machen wir mal Scheren wieder. Gib mir mal Holz. Sticks. Ah. So. 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 Und so. Okay. So. Und zack. Axt. Gleich weg damit. Das dauert halt immer so ein bisschen. So. Und gleich wieder machen. So. 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 Und so. So. Sehr schön. So. 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 Ich habe jetzt mal Setzlinge bekommen. Shake. Shake. Äh, Dance, Dance, Dance natürlich. Wachse. Dankeschön. Spirale. Oh, die Schere ist noch kaputt. So, äh, leck, danke, ich wollte nicht fallen. So, haben wir alle, okay. Zack, zack. Ah, okay. So, und so, und den wir auch noch hellen. Guck mal, diesmal haben wir sogar vier Tesslinge bekommen, wahnsinn. So, und so, und wieder Erde machen. So, so. So, und so. So, haben wir denn... Oh, okay. Flint, wie viel Flint brauche ich für, äh, wie viel Gravel brauche ich für Flint? Dann war's doch, war's doch, war's doch so viel? Okay. Okay. So, ich will vielleicht doch mal den Flint-Sieb machen. So, ich will vielleicht auch langsam, äh, geht mir auch das Essen aus. So, ganz langsam aber sicher. So, 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 so. Ähm, halt, so war's für dich. So, so, so. Ach so, das ist noch nicht genug. Du hast noch Obrigado. Ah, du hast noch fertig machen. So. Das sind genug. und wieder erde ganz einfach es war alles wegpacken das machen gerade vielleicht mal diesen donut ist so erde genau